Fährt der Zug nach Mannheim und deutet so auf das Gleis, an dem wir uns befanden. Ich guckte dann und die Anzeigetafel offenbarte die Antwort auf seine Frage und ich sagte, nein, ganz sicher, ziemlich sicher, der Zug endet hier. Wie? Der Zug endet hier. Ja, pass mal auf, Kollege. Siehst du da hinten am Ende vom Gleis die große Klappe im Boden? Die geht gleich auf und da geht der Zug dann rein und da unten pressen sie den zu einem winzigen Würfel zusammen. Und das machen die mit allen Zügen, die irgendwo enden. Und wenn die eines Tages genug dieser Zugwürfel beisammen haben, dann puzzeln die aus denen einen neuen Zug. Es ist nicht effizient, aber es ist die einzige Methode, die wir haben, um neue Züge herzustellen. Echt? Echt?